Ruhig dich, atmen, atmen. Fühl das mal, schön peinlich. Schön draufhalten, was richtig machen. Was hast du denn gemacht? Entwürfung, klar, man hier. Fick dich. Fick dich, Opfer. Fick dich? Ja. Noch mehr anrufen. Guck mal auf, wenn ich jetzt zwei Ohrklammern habe. Das bleibt unter uns. Schön peinlich, yeah. YouTube ist so schwul und ich burn sie alle und ich hab ein Augenbrauenpiercing und das ist verboten, Alter, verboten. Guck mal, war ja, hat er was bei ihm reingemacht? Du Arschwecker, du Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte mal. Du bist so deinem, echt, mein Vater. Guck mal hier. Das ist so tight, ne? Ich mag das, der ist nicht ganz tight, Ranne. Wann macht der? Ich hör mal, weil ich nicht mehr. Ey! Ich find den Tisch so, ich find den Tisch so geil, Alter. Ey, wie cool du warst. Und sag mal, Freunde. Sag mal was dazu. Du hast den Tischgarten schon gemacht. Ich hab mir grad super übelste gerade Dinger, Alter, wie heißen die nochmal hier, äh, Wäscheklammern, die übelste Sorge an die Nippel gemacht, die wurde schwindelig. Und dann hab ich mich gehen lassen und ich bin da vollgegengefallen. Und dann hat das voll wehgetan. Ich bin da vollgegen und guck mal, wie das wackelt jetzt. Zeig mal. Zeig mal. Zeig mal. Zeig mal. AAAAAH! Ich zieh zu wenig wie alt. Ich zieh sie! Nein! Guck mal, guck mal. Ey, guck mal, guck mal, guck mal. Tschüss! Tschüss, Alter. Oh, nein! Ja Alter, Pope-Klammern hast du jetzt mal, ultimative Pope-Klammern, ey. Voll für'n Arsch bin ich, ey. Uhhh, voll viel, das ist nicht zu sehen. Am Finger. Das fühlt sich an, da hab ich nur ganz viel in dem Gesicht hin. Ja Alter. Oh, scheiße.